Lippenaufbau natürlich und eine schöne Lippe, die harmonisch zu ihrem Gesicht passt. Mit diesem Wunsch ist die Patientin zu uns gekommen. Man hat jetzt hier einen kleinen Vorschau schon mal gesehen. Und jetzt hier die Behandlung, die wir ja jeden Tag hier sehr häufig durchführen. Auch jetzt in der Makroaufnahme einmal, dass man auch genau sieht, wie der natürliche Lippenaufbau hier vonstatten geht. Ich denke, die Patientin kennt auch die Behandlung, weil sie relativ häufig unsere Behandlung beobachtet hat. Was ich jetzt hier gerade mache, ist das Lippenherz und im oberen Bereich den Armobogen gleich nochmal. Ich denke, so kann man die Lippe sehr harmonisch bezeichnen. Sie sieht es gerade im Spiegel und ich denke, sie ist genauso glücklich wie in dem Fall ich auch natürlich. Und ich hoffe, dass die Zuschauer auch glücklich sind.